Guten Morgen, liebe Gemeinde, und ich grüße euch auch am Livestream. Es ist so wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein, wo Jesus in unserer Mitte ist. Und da ist alles möglich. Halleluja! Er hat uns eine Aufgabe gegeben. Und diese Aufgabe ist manchmal schwer für uns. Aber für ihn, oder durch ihn, ist alles möglich. Halleluja! Halleluja! Yes. Und das Thema, das ich für heute habe, das zu mir gesprochen hat, so ich habe diesen Thema gesprochen. Und was zu mir gesprochen hat, möchte ich das heute euch sprechen. The topic called in English, Be an Influencer. In English, Be influential, Einflussreich sein. Und, you know, today's generation, they are very familiar with this word Influencer. Und heute ist man ja sehr bekannt mit diesem Wort, mit diesem neuen Wort Influencer. You know, when you go into social media, Instagram, Facebook, Und wenn du auf social media unterwegs bist, Instagram, Facebook und dergleichen. There are people who are with their thoughts, with their ideas, with their videos, they are influencing, impacting many, many thousands of young generations. Und da gibt es bestimmte Personen, ja, die mit ihren Gedanken, mit ihren Taten, mit ihren Videos und so, die beeinflussen tausende und tausende von jungen Leuten in der heutigen Generation. Maybe you think, I am not a special, how can I influence? Und du denkst nur, ja, ich bin ja nichts Besonderes, wie kann ich schon andere beeinflussen? I don't have anything special to say. Was habe ich schon Besonderes zu sagen? But this morning, Heute Morgen aber, I want to tell you, möchte ich dir sagen, 2.000 Jahre ago, Es war vor 2.000 Jahren. Jesus called us to be Influencer for the world. Wie Jesus schon uns berufen hat, Influencer für unsere Welt heute zu sein. For you and for me. Und diese Berufung ist für dich und für mich. Let us read Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Und jetzt lesen wir Matthäus 5, und zwar verse 13 bis 16. Wie es hier heißt. You are the salt of the earth, but if the salt loses the saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled under food. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz fade wird, womit soll gesalzen werden? Es ist so nichts wie der Weit und Nüchze, als dass man es weggeschüttet und von den Leuten zertreten lässt. You are the light of the world. The town built on the hill cannot be hidden. Und ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand. It gives light to everyone in the house. Und man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schöffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deed and glorify your Father in heaven. Und so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Right. Here it says, Was es hier heißt. You are the salt of this earth. Ihr seid das Salz der Erde. And Jesus is saying also, you are the light of the world. Let us say to one another, I am the salt of this earth. To tell your neighbor. Sag mal deinem Nachbarn, ich bin das Salz der Erde. When you say something happens. Es passiert was, wenn du das bekennst, ja. Okay, this is just the one word. And then say again, you are the light of the world. So, und jetzt darfst du dem anderen sagen, du bist das Licht der Welt. Yes. Ja. This is our identity. Das ist deine Identität. This is not like she or he is the only salt. Es ist nicht nur der andere, der vielleicht Salz ist. Another is the light. Oder der andere, der eben so wie Licht scheint. But Jesus is pointing to you. Nein, der Herr zeigt auf dich. Jesus is pointing to me. Und er zeigt auf mich. See, Renuka. Und sagt, Renuka. You are the salt of this earth. Du bist Salz in dieser Erde. You are the one, you can influence the world. Das heißt, du bist eine, die in dieser Welt einflussreich sein kann. Just think about yourself. Und denke über dich selber nach. Are you able to influence the society? Denkst du, dass du die Gesellschaft um dich herum beeinflussen kannst? Maybe not by your strength. Nein, nicht durch deine Stärke. Maybe not by your ideas. Auch nicht vielleicht mit deinen Ideen. Aber Jesus hat alles in dich investiert dafür. Dass du einflussreich sein kannst. Jesus hat sich dir anvertraut. Jesus hat seinen Jüngern vertraut. So they can able to influence as a salt and light to the world. How can we as a Christian, as a believer, influence the corrupted world? Und wie können wir jetzt als Christen, als Gläubige diese korrupte Welt überhaupt noch beeinflussen? When we go a little bit further in the front, when we go a little bit further in the front, the sermon at the mount, which Jesus speaks, Das heißt, wir gehen ein bisschen zurück in diesem Kapitel und da finden wir in dieser Bergpredigt die Seligpreisung. Which is in Matthew chapter 5, verse 3. Und zwar geht es vom Vers 3 los. And it says here, it's called it's a baptitude. Wir nennen sie die Seligpreisung. And it says here, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Es geht los und sagt, selig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich gehört ihnen. What does it mean to be a poor in the spirit? Und was bedeutet es, arm im Geist zu sein? These are the people who recognize the spirit empowerment. Das sind Leute, die anerkennen, dass durch die Kraft Gottes eine Empowerment, dass ich gestärkt werde. And that means you are really depending on the Lord. Das heißt, das ist eine Person, die absolut sich abhängig macht von Gott. Not with your own strength. Du sagst nicht mit meiner Kraft. But it's strength of the Lord. Sondern ich brauche diese Kraft von Gott. Verse 4 says, blessed are the those who mourn, they will be comforted. Wie sieht das aus mit Vers 4? Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Oh, blessed are those who mourn, don't cry, those they are grieving. Es geht hier um Menschen, die einfach, wie sagt man, mourning, trauern. Die trauern. But these are the people when they see the sin creeping in the world. Das sind Menschen, Menschen, die die Sünde der Welt sehen und darüber traurig sind. They are so much, they're feeling sad and they are crying before the Lord. Und sie kommen vor den Herrn und weinen darüber, über die Sünde der Welt. what the sin is doing to the mankind. Wie Sünde die Menschheit zerstören. These are the people, they are not ignoring, oh well, this world is like that. Menschen, die diese Welt nicht gerade ignorieren, oh ja, die Welt geht halt ihre Wege. When they see the sinful nature in the world. Wenn man halt diese Sündhaftigkeit sieht. But they cry before the Lord. Sondern Menschen, die vor den Herrn kommen und darüber weinen. Blessed are the meek, for they will inheritance the earth. Vers 5, selig sind die Sanftmütige, denn sie werden das Land besitzen. You are the meek person, you are the humble in the spirit. Du bist eine Person, die sanftmütig ist, du bist demütig im Geist. You are not the person, who is pride, the spiritual pride, as you are carrying. Du bist nicht eine Person, die so geistlich stolz ist. But always you give the glory to Jesus. Sondern du gibst alle Ehre dem Herrn. And you keep your spirit humble. Und du hältst deinen Geist in einer Demut vor ihm. Blessed are those who hunger and thirsty for the righteousness. For they will be filled. Und dann heißt es, selig sind die, die hungern und die hungern und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Here the people, God is looking for the people who are developing the natural longing for the righteousness. Das sind Menschen, die diese natürliche Bedürfnisse entwickeln. So wie Hunger. Und sagen, ich brauche Gerechtigkeit. We can't produce the righteousness via ourselves. Gerechtigkeit können wir nicht selber produzieren. The righteousness comes from the Lord. Gerechtigkeit kommt nur vom Herrn. Where seven says blessed are the mercy for they will be sown mercy. Und dann heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. This is the very heart of Christ. Und das ist ja, das ist das Herz von Christus. Be unmerciful. Dass wir barmherzig sind. Somebody with a heart will give away undeserved relief to those who Das ist jemand, der ein Herz hat, der gibt den anderen, obwohl sie es nicht verdient haben. Who experience misery and pain. Und du kümmerst dich um Sachen, die nur im Leid und Trauer und Schwierigkeiten sind. Those people are in difficulty, those are in poverty. Leute, Leute, die in Armut sind, Leute, die nur es schwer haben. Verse eight says, blessed are pure and pure in heart, for they will see God. Und dann Vers acht, selig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. This is very important quality. Das ist eine ganz wichtige Qualität, to be a salt and the light of the earth. Um überhaupt Salz und Licht sein zu können. To be pure in heart. Nämlich, dass du reines Herzens bist. You are clean inside. Das heißt, dein Inneres ist sauber. You are committed to the God's will. Du hast dich total hingegeben zu Gottes Willen. and his standard of life. Und zwar dem Standard, dem Gottesstandard des Lebens. Verse nine says, Und dann heißt es weiter, blessed are the peacemakers, for they will call the children of God. Selig sind die Friedfertigen und sie werden Gottes Kinder heißen. This is a great need of the people who brings peace in the world. Wer brauchen solche Menschen heute, die Frieden bringen? Are you the person who loves to bring reconciliation in the family? Who brings the marriage together? Who mediate when they are quarreled in the society? Very often we are looking for when the peace world comes, we are looking for the, you know, the politics, the big people, maybe they will talk, the peace talk and they will bring the peace. Wenn wir von Frieden reden, dann denken wir so schnell an unsere Politiker und die Nation und wie sie Friedensverhandlungen machen. No, they are not the ones, Jesus has appointed them. Nein, das sind nicht die ersten, die Jesus dazu berufen hat. Jesus hat die Gemeinde dazu berufen, dass die Gemeinde in die Welt hinein den Frieden bringen. Und das ist unsere Aufgabe. Nein, das werden nicht die Politiker sein. Wir haben diese Verantwortung von dem Herrn, dass wir friedfertig sind. Blessed are those who persecute because of righteousness, verse 10. There is a kingdom of heaven. Such in the character of the disciples of Jesus. Und das ist der Charakter der Jünger Jesu. We allow ourselves to observe with the nature of Christ. Then only we can able to claim the promises which Jesus is speaking here. Wir sind dann in einer Position, da können wir die Verheißungen Gottes für uns proklamieren. We will inherit the earth, we will see the God, we will be the children of God. Wir werden das Himmelreich ererben. Wir werden Gottes Kinder heißen. And we will get the great reward in heaven. Wir werden im Himmel belohnt werden. As we leave out of the reality of the gratitude. Wenn wir also diese Realitäten dieser ziellich preisung wirklich einnehmen, which is verse 3 to 10 with Jesus speaking, then only we are able to affect the world. How is my nature? How do I feel when I see the sin, when the people are living in a sinful life? How is my heart when I see the people are in a need? How is my life, spiritual life? Do I have the proud or the humble? These are the category which character which Jesus is speaking. Jesus redet hier von einem Charakter eines Gläubigen. For the disciple to have that. If we have this character, then only we will be able to impact the world with the salt and the light. Then wirst du einflussreich sein und zwar wie das Salz oder wie das Licht. However, the world reacts negatively many times when we are responding. when you do you have negative reactions to negative reactions to there is a opposition yeah there is a persecution with Jesus you speak but it's still among those some will respond and they will listen they will hear your word and will be saved yes it is true when we are leaving the godly character in the world we must expect resistance of some level and that does not mean that you need to change your function because we always have to remember we are the salt and I am the light doesn't matter what is happening around me doesn't matter what the people are speaking against me I don't know how much persecution do I face we should not run away we should not hide ourselves but to stand in our position and to work as a salt and light for the world God has designed us to be an influencer for the world Peter writes in his letter 1 Peter chapter 2 verse 9 it says here but you are the chosen people a royal priesthood a holy nation God's special position that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light but but you are a name Ihr seid Auserwählte. Chosen for the purpose. You are the right priesthood, royal priesthood. And you are the holy nation. We are the people God has chosen us for the purpose. Auserwählt von God für einen bestimmten Zweck. Er ist der König, wir sind seine Bürger. Let us do our tasks. How? 1 Peter 2, verse 12, further it says here. Leave us such a good life among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deed and glorify God on the day he visits us. Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als böse verleumden, sollen sie eure guten Teile sehen, damit sie Gott preisen, wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Leave us such a good life among the pagans, among the non-Christian, those they don't know. We are our neighborhood. We need to live as a exemplary life, good life. Also wir sollen ja tatsächlich hier ganz bewusst vor unseren Nachbarn, den Heiden, ja, den Ungläubigen, wir sollen so ein Leben führen, ein heiliges Leben, dass sie das sehen können. We can't bow down to the world. Und wir werden uns nicht zur Welt irgendwie runterbeugen. But we are ready any time to take the cross. Sondern wir sind bereit, an jeder Stelle auch da unser Kreuz auf uns zu nehmen. The cross is the symbol of the challenges and difficulties. Ja, das Kreuz ist ein Symbol natürlich auch für diese Schwierigkeiten, die wir dann dabei auf uns nehmen. We can learn from the lesson from Martin Luther. From Martin Luther können wir eine Lektion mitnehmen. When the people who were taking his life gave him a chance to deny what he said, and confidently. Als er dann letztendlich dann zum Tode verurteilt wurde, hat er noch eine Möglichkeit bekommen, nämlich er könnte absagen. But he said, I will not deny which is the truth. Aber dann hat er diese Antwort gegeben, ich werde nicht absagen von dem, was die Wahrheit ist. Even he has given his life. Und so hat er sein Leben hingegeben. But he lived as a light for the world. Und er hat so als ein Licht, ein strahlendes Licht in dieser Welt gelebt. Er lebt als ein Salz hier in dieser Welt. Er hat Influences für so viele Generationen. Und er hat Generation nach Generation beeinflusst dadurch. Und jetzt ist es deine Aufgabe, unsere Aufgabe, diese heutige Welt mit unserem Licht und Salz zu beeinflussen. Schauen wir ins Alte Testament rein. Und das Buch Daniel, Daniel's three friends. Das Buch Daniel. Daniel's three friends. Und zwar die Freunde von Daniel. There was a condition, if you bow down before this statue, you will be safe. Und da war diese Bedingung, da war diese Statue, und er sagt, hey, ihr bräuchtet nur die Knie beugen vor dieser Statue, und ihr seid gerettet. They decided they don't want to bow down before the world. Aber sie haben sich entschieden, nein, wir werden nicht vor der Welt und vor dieser Statue unsere Knie beugen. Sie wollten hier als Salz und Licht in dieser Welt weiterhin stehen bleiben. Und sie waren bereit, dann auch in diesen vollen Ofen geworfen zu werden. Sie wollten keine Kompromisse machen an dieser Stelle. Ein Leben ohne Kompromisse. Das ist das, was wir wollen. This is salt and the light of the world. As I said, yes, the world may persecute us. They will hate us. But the world doesn't know how important is the believer the church on this earth. Aber eigentlich ist es so, die Welt weiß ja gar nicht, wie wichtig wir als Gläubige hier in dieser Welt für sie sind. And only the church, the believer is only one can stop the corruption, stop the decaying of the world. Only the believer, only you and me can bring the God, Jesus' light on this darkened world. Nur du und ich, wir als Gemeinde Jesu können überhaupt Licht hineinbringen in diese Dunkelheit dieser Welt. You and myself are the manifestation of the gospel of God in this earth. Only you and me are the ones who bring the saving and the healing power of God on this earth. And so kannst du und ich teilhaben, diese rettende Kraft hier auf Erden wirksam zu machen. Hallelujah. You can understand what a responsibility Jesus has given to us as a believer. Versteht ihr jetzt, welche Verantwortung der Herr uns als Gläubiger, als Jünger Jesu gegeben hat? Today we have an incredible amount of technology. Nun, heute haben wir eine Masse von Technologie. Medical science. Ja, wir haben medizinische Wissenschaften. A wealth of information. Und eine Fülle von Informationen. Yet we do not have the effect on the corrupted society. Und doch all das kann diese korrupte Gesellschaft nicht verändern. This technology, this is a medical sign, cannot remove the corruption, the evil, the sin from this world. Technologie und alle medizinische Wissenschaft kann dieses Übel, diese Krankheit dieser Gesellschaft nicht beseitigen. only you and me. Aber das ist die Aufgabe für dich und mich. Jesus used two metaphors to make this point clear to his audience. Und zwei Metaphors hat Jesus verwendet, um dieses ganz plausibel sein Zuhören zu machen. As I've been talking about the salt and the light. Und das ist Salz und Licht. Let us see, what does the salt quality is? Let us mal ganz kurz ein bisschen auf Salz eingehen. Nun Salz, das war schon immer in der Geschichte der Menschheit wichtig. Much more so in the past than it is today. Und das hat man viel mehr in der Vergangenheit wertvoll erachtet als heute. During the period in ancient Greek history it was called Theon. Und in der griechischen alten Geschichte da wurde sogar Theon genannt. which means divine. Theon heißt göttlich. Roman soldiers were paid salt as a salary. Die Geschichte sagt, dass die römischen Soldaten Salz als ihre wie sagt man als Sold bekommen haben. Of course the word salary in English is salary it comes from this word salt. Dieses englische Wort salary wer das Wort kennt beinhaltet diese ersten drei Buchstaben von Salt von Salz. Salt always is true for the which is the high value and important. Das heye Salz hat einen sehr sehr hohen Stellenwert, sehr wichtig. In Arab world the salt used for the friendship. In Arab world. In der arabischen Welt wird Salz sogar für die Beziehung der Freundschaft verwendet. If you are sitting and somebody comes at the table and eating your food that means he has eaten the salt and that person will be always loyalty to that person who has invited for the meal. And any difficulty the problem will be there to help you. In Old Testament the salt covenant of salt which we read it. Salt is the use for purity. Salt is gebraucht für Reinheit. Salt water is used to clean sore and wound for the flesh. Salzwasser wird tatsächlich zur Reinigung vom Munden gebraucht. We should have a cleansing effect those around us as salt. heißt, wenn wir Salz sind, dann sollten wir einen Reinigungseffekt auf andere haben. Und Reinigung, das rede natürlich auch von der Reinheit des Lebens. Holiness. und zwar Heiligkeit. Yesterday you have heard, or if you have not heard, you can listen to the word, the preaching about the holiness is so important. Und wer gestern dabei war, wenn nicht, du kannst es nachhören, das Thema Heiligkeit, wie wichtig das für uns ist. Gläubiger, wie wichtig als Gläubiger, dass wir ein heiliges Leben heute führen. Very often it happens, it's happening, the effect, the influence of the world is coming in the church. Wie oft lassen wir das zu, dass die Welt eigentlich uns und in die Gemeinde hinein ihren Einfluss hat. And the believers also compromising with the world. Und wir als Gläubige sind immer dabei, irgendwelche Kompromisse mit der Welt zu machen. Und wir lassen es zu, unheilig zu sein. Aber lasst uns ausstrecken, heilig zu leben. Weil Salz ist ein Symbol für Reinheit. Und ein well-known Mann nennt sich Andrew Müller, lebt ein exceptionally holy Leben. Und er hat ein sehr außergewöhnliches heiliges Leben geführt. Among those whom he influenced was the greatest were his children and grandchildren. Und die Menschen, die er am meisten beeinflusst hatte, das waren tatsächlich seine Kinder und seine Enkelkinder. From his five of his six sons become a minister because of his influence, five of his six sons become a minister of the gospel. And then lesen wir wie fünf von sechs seiner Söhne auch Prediger des Evangeliums geworden sind. Four of his daughters were joined their husbands in the ministry. Und vier seiner Töchter haben Männer geheiratet, die den Dienst des Herrn getan haben. Zehn von den Enkelkindern sind Pastoren geworden. Dreizehn seiner Enkelkinder sind Missionare geworden. Was für ein Einfluss weil er ein heiliges Leben geführt hat. Lass uns darüber nachdenken über uns selbst. Er war selts und Licht zuerst mal in seiner eigenen Familie. Kinder hören ja nicht nur gerade unser Wort. Sie beobachten unseren Lebensstil. Und wie verhalten wir uns von morgens bis abends. Als Gemeinde lasst uns aufstehen. Lasst uns Eltern sein, Großeltern sein. Und in unsere Familie hinein diesen Einfluss tragen. Da wollen wir Salz und Licht sein und das wird die Gesellschaft verändern. Die Bibel sagt in Kolosser 4 4 6 Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Salz ist natürlich dafür da, um zu würzen. ein Essen ohne Salz schmeckt einfach nicht gut. Pfade. Schon ein bisschen Salz bringt schon ein Gewürz. Ja, und so ist die Gesellschaft um uns herum. Pfade. Pfade, es ist kein Geschmack dran. Wir können tatsächlich einen Geschmack Gewürz in die Welt bringen. Unsere Worte, unsere Unterhaltung, wie wir reden. Also, lasst uns lernen, wie wir reden sollen. Nein, wir werden nicht wie die Welt reden. Mit Weisheit wollen wir reden. Wir können Heilung reinbringen. Wir können Wiederherstellung reinbringen. Wie reden wir in der Familie? Wie redest du in der Familie? Und bring mal richtiges schönes Gewürz rein. Diesen Gewürz, diesen Geschmack Jesu. Liebe, Barmherzigkeit, Heilung. und Salz macht mehr Appetit. Und egal wo wir denn hinkommen, wir werden Appetit erregen, dass Leute Appetit für Gott haben. Also, bist du ein Influencer. Warte nicht auf den Engel, dass er kommt und dich dann irgendwie berührt. Nein, das ist deine Aufgabe. Und Jesus redet von dem Licht. Und er sagt, du, ihr seid das Licht in dieser Welt. Und so sagt Jesus von sich selbst, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er sagt, ich bin das Licht, er ist die einzige Wahrheit. Und wenn wir jetzt ihm nachfolgen, dann bist du nicht mehr in der Finsternis, das heißt in Sünde. Und so sagt er, und jetzt seid ihr das Licht. Und dieses Licht von Jesus, das ist das, was bei uns reflektiert. Sein Charakter wird bei uns reflektiert. Und wenn wir auf dem Weg sind, und wohin wir gehen, dieses Licht wird auf andere scheinen. Und es Heilung bringen. Und Versöhnung bringen. Befreiung bringen. Das ist das Arbeit, das Licht tut. Es zeigt, was ist true und was recht. Es zeigt die Wahrheit, es zeigt was Recht ist. 1 John 1 Vers 7 Wir lesen aus 1 Johannes 1 Vers 7 Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, haben wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Und hier sehen wir, Jesus möchte, wie das Sein Licht auf uns scheint. Und dann lesen wir noch mal, wie wir anfangs gelesen haben. Matthäus 5 Vers 14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Belieber ist wie eine Stadt auf dem Berg. Wenn man eine Stadt auf dem Berg sieht, das siehst du, wenn du irgendwo unterwegs bist, man sieht die Hügel, die Berge und das ist leicht zu erkennen, wenn da eine Stadt ist. Du siehst schon von Weitem und das kann man nicht verstecken. Tagsüber siehst schön die Häuser. Nachtsüber siehst du diese Lichte. Eine Stadt so auf dem Berg kann sich nicht verstecken. Und so sage ich, das Licht, das du trägst, das kannst du auch nicht verstecken. Und Jesus sagt das hier, es ist eigentlich so dumm, dass wir versuchen dieses Licht irgendwie zu verstecken. Es gibt keine Entschuldigung, wir können dieses Licht des Evangeliums nicht verbergen. Die Welt braucht das Wort des Evangeliums. Und die Welt braucht es, die Welt ist hongig danach. Die Welt ist korrupt, es ist verdirbt ohne das Salz. Salz nur kann erhalten. Wir wollen als Salz also arbeiten, damit die Welt nicht verdirbt. es gibt Menschen, die unheimlich Angst haben. Menschen, die sich schämen. Man schämt sich, selbst seinem Kollegen zu sagen, ich bin ein Christ, ich folge Jesus. Das sind Verbindungen, die der Satan versucht, dich einzufangen, damit du nur nicht scheinen sollst als Licht. Salz ist das, was verborgen ist. Licht, das ist offensichtlich. Salz, das wirkt im Geheimen, aber Licht, das wirkt im Offenen. Das Salz, das wirkt innen drin. Das Licht, das scheint draußen. Salz ist eine indirekte Beeinflussung durch das Evangelium, aber Licht ist so eine direkte Kommunikation. Salz wirkt durch unsere living lifestyle. Und Licht, wie wirkt das? Das wirkt durch unsere Taten, durch unsere Lehre, durch unsere Reden. Liebe Gemeinde, wir sind in der Endzeit, mitten drin. und Jesus kommt bald wieder. Und die größte Aufgabe, die uns Jesus gegeben hat, ist nicht, jetzt den Mund zu halten. Es nicht, dass wir uns jetzt verstecken. Und wenn die Leute uns jetzt noch so verfolgen, wenn sie negativ über dich reden, es geht ja nicht um dich, sondern es geht um das Salz und das Licht, was du in dir trägst. Und da gibt es nur eine Hoffnung hier auf der Erde. Und das bist du. Weil Jesus dir diese Aufgabe gegeben hat, Salz und Licht zu sein für deine Gesellschaft. Und so wollen wir wahre Influencer sein für das Reich Gottes. Jetzt wollen wir keine Kompromisse mehr eingehen. Wie sieht es aus mit unserem moralen Standard? Ja, man sieht so manche Gläubige, wie sie leben. Herz schmerzt. Mit unserem Leben, mit dem Salz, welche Botschaft du gibst der Welt? Es ist wichtig, dass wir diese Seligpreisung absorbieren und diesen Lebensstil Jesus haben. Dann sind wir einflussreich mehr als Gewürz reinzubringen in unsere Gesellschaft. Wir sollen effektiv, wir sollen wirklich Dinge verändern durch das Salz und lebe dieses gerechte Leben. Lebe ein heiliges Leben. Das ist der moralische Standard von Jesus. Und so können wir und wir werden die Welt beeinflussen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns sehen. Wir wollen jetzt auf uns selbst schauen. Wir uns prüfen. Am ich als Salz und Licht lebe den Charakter den Jesus uns gezeigt haben. Wir können uns richtig spiegeln an ihm. Wenn das nicht so ist, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Tu ab diese Dinge der Welt. Und entscheide dich für dieses Leben. in Heiligkeit. Du kannst dich jetzt entscheiden ein Vorbild in deiner Familie zu sein. Vorbild für deine Freunde. Vielleicht du fühlst dich als Versager zu sagen. Jesus kann. Das sind aber Lügen des Teufels. Lügen des Teufels. Das sind Lügen des Teufels. Ich spüre das hier in diesem Raum. Es sind Menschen da und du bist voller Angst. Ängstlich. du schaffst es nicht deinen Mund zu öffnen vor anderen Menschen besonders Kollegen. Und immer wieder sagst du dir, was werden die anderen über mich denken. es geht nicht um dich. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Heute Morgen möchte dich Jesus freisetzen von Angst. Wir sind nicht offen. Bist du so eine Person? Bist du so eine Person? You can come forward. Jesus will dich heute mit einer Freiheit, mit einem Freimut segnen. Wir wollen für dich beten. Wir wollen mit dir diesen Weg gehen. Vielleicht bist du eine Person und du merkst, ich habe schon manche Kompromisse gemacht. Und du sagst, ich habe schon eine Menge Schwachheit. und ich bin nicht dieses Salz, das Reinigung bringt. Ich bin nicht das Salz, das die anderen wirklich wieder frisch hält. Ich bringe eigentlich kein Gewürz, wenn da Gespräche sind. Du darfst jetzt diese Dinge ablegen. sind Lügen des Teufels. sagt, du bist Salz. Und er möchte dir vergeben. Er möchte dich total wiederherstellen, dass du effektiv sein wirst. Und ich denke, da haben einige Dinge dich angesprochen heute. Und mach den Schritt nach vorne. Das ist ein guter Schritt, den du machen kannst, der erste Schritt. dann kannst du Salz und Licht sein, ganz bewusst. Du denkst, wie oft hast du gedacht, wozu bin ich eigentlich da hier auf der Erde? Das ist der Ziel. dazu bist du da. Dass du Salz und Licht sein wirst. Okay, jetzt keine Angst und keine Scham mehr. Halleluja. Keine Angst, keine Scham mehr. Schau nicht auf andere. Komm nach vorne, mach den Schritt zu Jesus und sag jetzt, dein Salz, dein Licht ganz klar in meinem Leben. Alle Schatten müssen jetzt abgewischt werden. Ich komme und lass mich total von dir durchleuchten jetzt.